So meine erste Runde rankt in Overwatch 2 Mal sehen wie es läuft Ah ich bin Support wa Fuck Ich wollt Moira Ähm I guess Kiriko Sie soll broken sein Keine Ahnung man Ich hab Angst dass unsere Moira dann nicht mehr heilen wird Sondern einfach nur auf andere Leute geht Okay so das ist Das Heilen Umschalten ist Porten Und E ist Unverwundbarkeits oder Heilungsdingens da Wir verteidigen das gefällt mir jetzt schon nicht Angriff wird mir mehr gefallen Ohne uns eigentlich gar nichts Ist echt hart wenn man als einzige kompetent ist Na der kann ich klettern? Ja kann ich Ja Ein Frachtstück Fünf Vier Drei Zwei Eins Angreifer nähern sich Kosten von meinem Gift halten sie die Fracht auf Wo sind denn die? Da Ja Keine Ahnung was zum Fick der macht Sind das Bots? Sind das Bots? Okay ich hab das mir ein bisschen härter vorgestellt Ja anscheinend sind das Bots Ich muss umstellen dass der Alle toten benutzt Ich habe noch mit Ich fühle mich irgendwie jetzt verarscht aber hey ich nehm's Ich werde mich die Ich werde mich bestätigen Ich werde mich nicht verarscht Warte Duh fuck Ja, es sind halt Bots. Ey, du kannst mir das nicht erklären, Mann. The fuck? Das sind einfach Bots, das war die größten. Vorsicht, Leute. Jetzt wird's frostig. Ja, gut. Eine Minute. Dann hat die Lebensbauern. Bring dir es zum Ende. Der hat's wohl nicht verstanden, wa? Alles zusammenbleiben. Wir schaffen das. Ja, what the fuck? Und das war Runde 1, Digga. Willst du mich verarschen? Mann, ist das weird. Das ist richtig, richtig komisch. Aber hey, ich nehm den drin. Ich dachte jetzt, das wird so richtig sweaty, aber... Ja, den win nehm ich gerne. Alle erstes Ranked Spiel. Ich hoffe, jetzt werden die besser. Weil die sehen ja nicht nach Bots aus. Die Namen sehen normal aus. Unsere Moira sieht's mit dem Namen bisschen wie ein Bot aus. Ich wünschte, sie würde mit dem Messer boxen. Nicht weiter. Und ich beschütze euch. Häh! Na, gut. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ein. Beginn. Wir haben Instant gewonnen, weil wir nur... ...nen Meter vormüssen. Drei, neid, des Spiels. Wollt euch meinen Willen. Gut. Mein erster fucking win, Digga. Ich glaub's nicht. Es ist mir gut, dass ich das aufgenommen hab, Mann. Oh. Na gut. Ich würd so ne Runde gerne nochmal nehmen. Hahaha. Wie die aus. Aber nee, das ist ja das mit der Mitte. Wenn Kiriko nicht funktioniert, dann geh ich auf... Ja, ich würd sagen, Moira aber anscheinend. Ich hab ne Tracer. Könnt sogar was werden wegen dem Bug. Ich suche mir meinen eigenen Pfad. Und den Bug, von dem ich rede, ist ein Bug quasi, wo man, äh, als, ähm, halt mit Tracer hat man ja, weil man diese SMGs hat, äh, einen gewissen Damage abfall. Das heißt, nach ne gewissen Distanz, machen die einfach weniger Schaden. Aber der Bug ist, wenn man kurz vor, steht dir vor, dass es ne 25 Meter Linie, wenn man kurz davor steht, dann gibt es kein Damage Abfall mehr. Und dadurch macht man full Damage auf ne Entfernung von fast 25 Meter. Ist so richtig broken. Wobei, was heißt hier broken, das macht sie wieder balanced. Fuck, alter. Was hat mich gefickt, diese komische Craft Bombe da. Ja, digger, welcome to... Alter, die haben gleich drei Leute erwischt. Vier. Fünf. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das verlieren werden. Alter. Der ist noch weitergegangen, um mich zu holen, ja? Ja, digger, ich kann dich nicht heilen. Nein, 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 nein ja ich bin noch nicht so gut im kill körper ich merke schon wir werden hart zerstört ja selbst die fucking heiler machen uns fertig komm ich will dich heilen man ich kann da nichts machen ich bezweifle dass das was irgendwas ausmachen wird sie sind bei 99 prozent man da nee oder ja wir haben keine chance das zu gewinnen die zweite erste runde spielen wir gegen bots zweiter runde gegen gegen of watch league spieler was hatten wir wir hatten ne fucking junker queen als tank jetzt wunder ich mich auch nicht wieso ich hatte ein gefühl junker queen ist kein gescheiter tank vielleicht ein dps oder höchstens das einzige was an der tank ist es hier fucking helft wohl der auch recht kleines komm her oh fuck zölzchen stimmt die war ja da oben und zwar sogar low und ist direkt auf den heiler gegangen ja das ist ein guter spieler ja ne mann wenn da drei leute auf points sind und keiner ist da junge der einzige der da war ist direkt abgehauen mann was soll ich machen tank verpiss dich zurück es macht keinen sinn wenn du alleine da kämpfst mann wieso verstehen das die meisten nicht mann alter nee oder ich war hinter dem peller wieso hat die scheiße mich erwischt sobald er aus dem sichtkontakt ist dann sollte das passen was für ein bullshit was für ein bisschen Das wird jetzt interessant. Hallo, du hast den scheiß Ob. Nein, 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 nein. der tank ist tot schlecht also die haben wir richtig die runde haben wir richtig haben wir dominiert hier keine ahnung wer gewinnt spiel doch weiter mei das hat richtig gebracht aber mccree kann macht hier auch Sinn meine erste gestellte runde rankt und ich spiele lieber wer ist denn das casual weil du hast da musste ich nicht wirklich um irgendwas kümmern nein alter wieso lucio mann wieso haben wir kein lucio ich sterbe noch einmal und dann gehe ich rüber zu lucio ich ich mich ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Äh, was? Hab die Moll Ravished Hätte noch die Ult ballern können Ja, die erste Runde war echt holprig Haha, das war mega Und ich weiß, ich werde größtenteils Supporter spielen Weil halt eben mehr Supporter gesucht werden als DPS oder halt eben Tank Am meisten DPS nach Tank und am wenigsten Leute spielen Supporter, stürzt mich nicht Ich mag Moira, Zenyatta, Lucio und zwar ist auch zwar nett Kiriko hab ich kaum gespielt, also keine Ahnung Vielleicht noch Dings hier, wie heißen die, äh, Anna Aber ansonsten, äh, ich nehme Moira Da kenne ich mich am meisten aus Vielleicht spiele ich noch Zenyatta oder Wobei Lucio macht hier kaum Sinn, um ehrlich zu sein Ich sehe Zenyatta nur wirklich verheirbel Persönlich natürlich, ich bin eine Noob Ich hab nicht wirklich Erfahrung in dem Game Ich glaub irgendwie 20 Stunden oder so Fakt ist aber, dass ich glaube, dass Lucio am wertvollsten ist Wegen seinem Bub Und wegen dem, dass er so Die Geschwindigkeit, also die Bewegungsgeschwindigkeit Erinnern kann Also mit Maps, wo eben Löcher sind Oder wo du runterfallen kannst Bin ich den am wertvollsten quasi Mir gefällt nicht, dass wir einen Hanso haben Weil ich weiß nicht, wie gut er ist Aber das wir Eine Mercy und eine Diva haben, find ich geil Vielen Dank Fuck Push nicht so Nein, nein, ich hätte wegdashen können, das was ich machen soll Hat sich nicht ausgezahlt Boah, Dig, was ist mit dem los Boah, der hat alles getroffen Ja, da ist er krasser als ich traf So wie ich das sehe, dominieren wir die aber Was? Alter, Mann Ui, die hat direkt ein Ult gepoppt Da, fuck, ich wurde sofort weggeblastet Hat keine Chance, Mann Ja, unsere Mercy und Dingens ist echt hart Das sind aber unsere anderen Ich seh die nicht Von hinten? Alter, ich bin doch erst grad gespawnt, Mann Alter, nee, nee Hey, ich konnte nicht mal wegsippen, Junge Was ist das? Ich drücke, aber es passiert nichts Junge, dieser besten Spieler, das ist so ein Sweat Oder er ist einfach so krass mit dem Aim einfach Digga, ich bin grad erst gespawnt Oh, nee Komm Ja, sieh wieder Ja, sieh wieder Ja, sieh wieder Ja, sieh wieder Nein Nein, nein, nein Ich hatte die Kugel Ich hätte drücken können Mit meinem Primary Fire hätte ich die auch Alter, was für ein Aim Wenn ich die spiele, habe ich nie so ein Aim Ja, du bist erst gespawnt, was laberst du Was ist das denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielleicht habe ich die Movement Tag dafür dann nicht mehr, aber was soll's Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein, das gefällt mir nicht Oh nein, das gefällt mir nicht mehr, was soll's für funk, 2017 Ah, fuck, Digga, was hat unser Tank gemacht? Junge, den juckt die Cooling überhaupt gar nicht, der ballert einfach nur drauf los. Drauf los, drauf los. Alter, wir sind kurz davor gewesen, um zu gewinnen. Komm her. Was? Wie? Achso, ja, der wird ja geheilt, wenn er Schaden macht, Digga, das ist so ein Bullshit. Ja, wir werden verlieren, ist wahrscheinlich. Die machen jetzt wahrscheinlich den übelsten Comeback. Nee, warte, so viel können sie gar nicht machen. Komm, überlebe, dann gebe ich dir die Sphäre. Ah, dann hat sich das. Holy fuck. Digga, was die für Skins haben. Oh, die Pisten sieht geil aus. Alter. Drei Wins bisher. Plus 15, geil.